Das bin ich, Eva. Und das ist Mutter. Ich bin in einem unterirdischen Refugium aufgewachsen. Die Erde war sehr krank und musste sich erst wieder von den Menschen erholen. Nach meiner Ausbildung bin ich jetzt endlich bereit, auf andere Menschen zu treffen. Was befindet sich hinter dieser Tür? Ich verfüge über keine Informationen zu gesperrten Bereichen. Wondler. Moment, sucht mich da jemand? Ein Dringling im Refugium. Was ist das für ein Ding? Ich weiß es nicht. Dieser Lüftungsschacht führt an die Oberfläche. Los! Wow. Wo bin ich hier? Sie ist ein Mensch. Okay, da hat wohl jemand zwei, drei Krügchen zu viel getrunken. Es wurden schon ewig keine Menschen mehr gesehen. Wenn das die Erde ist, was ist dann passiert? Und wo sind dann alle? Du suchst nach Antworten. Ich möchte wissen, was mit den Menschen passiert ist. Oh, Mann. Etwas so Zartes wie du sollte nicht so verwegen sein. Vielleicht bist du deshalb die Letzte deiner Art. Was, wenn ich allein bin? Was, wenn ich die Einzige bin? Oh, Eva, du bist nicht allein. Jemand da draußen will, dass ich ihn finde. Wir springen jetzt! Eva! 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 Untertitelung des ZDF, 2020